Es gibt nicht sehr viele, die das können. Und wieso hast du dich hingesetzt? Weil ich Ampeln hasse. Sie sind unentschlossen. Und damit unberechenbar. So ist das Leben. Na, so ist es zur Zeit. Aber ich träume davon, dass ich eines Tages aufwache und die Ampel steht auf grün und sie bleibt grün. Mein Leben lang. Aber dann wären doch alle Ampeln nutzlos und bräuchten überhaupt nicht zu existieren. Welche Ampel? Ich habe mich einfach nur zu dir gesetzt. Ja! Kennst du ihn? Wer ist das? Dein Vater. Wolfgang ist nicht dein richtiger Vater. Wer hat dir das gesagt? Mama. Er heißt Frank. Das ist eine Flucht und ich weiß es. Warum? Nicht für Lisbeth. Nicht für ihre absurde Eisen. Haar Sarcassie. Haar fortwurende Streven nach Dominantie und Kontrolle. Nicht für haar verbale Superiorität. Haar Tyrades. Haar Monologen. Nicht für die Russen. Die schwierigkeiten, die problemen. Nein, dafür nicht. Es ist eine Godstamme, die ja auch gebeurt. Hey. Wer über die zwei sprechen? Just, just die Kind we met. Das ist eine пример. Oder? Oder? 導 M romanticum. Oh. Ja. Wie kann das auch notion? Wir haben noch块 eine Bore quellung. Was bist du imºt. Wie viel macht. 'dach bin ich weit, du med. eran ganz dicht bist du auf mich bin.